Es ist unerträglich heiß in Rheinhessen. Ich sitze auf einem heißen Traktor, das ist ein Porsche. Und jetzt zeigen wir Ihnen eine heiße Kandidatin, die öfters mal auf einem heißen Stuhl unterwegs ist. Viel Spaß mit Sabrina Becker. Ich fahre schon von klein auf Motorrad. Und weil mein Freund selbst keinen Motorradführerschein hat, haben wir uns entschieden, uns ein VW Buggy zu holen. Ich war dieses Jahr mit meinem Freund zum Urlaub auf Bali. Da haben wir uns nicht nehmen lassen zu raften. Dann bin ich direkt mit 18 Tandem gesprungen aus 4000 Metern. Das ist ein riesen Freiheitsgefühl gewesen. Das würde ich auch jederzeit wieder machen. Und als weiterer Ausgleich, mehr oder weniger, der Hobby sind auch bei uns die Tiere. Sie spielen eine große Rolle in unserer Familie, sind auch so ein bisschen Familienmitglieder. Und es ist immer schlimm, wenn eine unserer Tiere irgendwas hat. Ich reise auch gerne. Ich will irgendwo andere Menschen, andere Kulturen kennenlernen. Ich war jetzt zweimal in Asia und habe eine Jungwinserreise nach Südafrika gemacht, weil ich der Meinung bin, man muss einfach über den Tellerrand hinausschauen, um auch selbst besser zu werden. Weil Wein ist so ein vielfältiges Produkt und hat so viele Facetten, die man auch irgendwo selbst immer wieder neu entdecken kann. Und einfach, dass wir auch in unserem Beruf immer wieder neue Erkenntnisse haben und immer wieder was dazulernen. Ja, der Weg zum Winzer selbst war mit einem kleinen Umweg verbunden. Ich habe mich dann erst mal zu einer Ausbildung zur Bürokauffrau entschlossen. Ich bin dann nochmal den Schritt gegangen, eine zweijährige Winzer-Ausbildung zu machen. Und habe dann direkt weitergemacht mit dem staatlich geprüften Wirtschafter für Weinbau und Önologie. Nächstes Jahr soll es dann weitergehen mit dem Weinbautechniker in Bad Kreuznach, um dann wirklich danach irgendwo in Kombination mit dem ganzen traditionellen, was mein Vater und mein Opa dann so mitbringen und meinem, jetzt sage ich mal, moderneren Wissen, dann doch bestmöglichste Qualitäten auf dem eigenen Weingut zu erzeugen. Weil einfach irgendwo ja so viel passiert ist in Rheinhessen und da möchte ich gerne ein Teil davon sein und einfach ganz gern mitwirken. Ja, und in meiner Winzer-Ausbildung bin ich zum Amt der VG-Weinkönigin von der Verbandsgemeinde Wörstatt gekommen. Und das hat mir einfach unheimlich viel Spaß gemacht. Und so kam dann irgendwann auch die Idee, noch ein Jahr dran zu hängen und mich dann zur Rheinhessischen zu bewerben. Und so sitze ich jetzt hier und freue mich einfach auf das nächste kommende Jahr. Mal schauen, was mich da alles so erwartet. Auf dem Weingut Becker erwartet uns jetzt Sabrinas berühmter Opa. Zu Hause auf dem Hof sind eigentlich die Aufgaben ganz gut verteilt. Meine Mutter und meine Schwester, die kümmern sich so ein bisschen um die Gastronomie und um das Gästehaus. Mein Papa ist auch staatlich geprüfter Wirtschaftler für Weinbau und Önologie. Und er hat immer meinen Opa zusammen so ein bisschen den Weinbereich in der Hand. An sich macht es extrem viel Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir gleichen uns aus. Ich bin sehr, sehr gerne im Keller. Da ist für mich auch ganz wichtig, gerade der Austausch mit meinen Jungwinzer-Kollegen, die ich jetzt nicht nur in der Winzer-Ausbildung, sondern auch im Anschluss jetzt beim Wirtschaftler kennengelernt habe. Wir machen privat ganz viel miteinander und unterstützen uns halt auch in dem, was wir machen. Das ist, denke ich, in Rheinhessen auch so schön, weil die Rheinhessen so offenherzig sind, dass man auf die verschiedenen Charaktere einfach zugehen kann und es macht keiner die Tür zu. Das ist einfach eine ganz schöne Sache, dass wir hier alle miteinander eben so ein schönes Umfeld pflegen und so eine tolle Gemeinschaft ist. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank.